ja hallo bei benedikt suchen was haben wir denn hier damit kann man noch zuschlagen ok haben wir schon untersucht da fehlt mir was ja ok ok dann werden wir erst mal nach außen wir werden den kommen sie die wandert jetzt ich kann doch noch umschalten also war die paar tage nicht gespielt aber schon mal gesehen aber das sind so eine art checkpoints das hört sich brutal an okay ich glaube sein kumpel ist tot das glaube ich er suche nach ihm da ist eine falle da ist ein wolfiger wolf waren der schon nicht runter ich glaube da werden wir irgendwie rankommen jetzt mal gucken wir uns hier ganz ruhe um sieht nicht gut aus die gehen wir hier rein das ist eine kiste die möchte ich haben wir müssen sowieso hier kämpfen na hat das spiel noch kleine bugs macht auf da ist bestimmt geiles zeug drin ich kann einen gleich verbannen spektal struck versuche den blitz nebel so ein bisschen erkunden lohnt sich das ist schon mal geil nicht ganz open world aber ist okay das ist gut man kann sich ein bisschen umgucken man findet cooles zeug was haben wir jetzt hier hier ist oder so eine hülle das so einer geil wie sie fahren auch ändern das sieht ein bisschen herbstlicher aus noch eine aber die ist offen für was wir gucken erstmal hier rein gut bisschen leder haben wir ja klingt als ob das von unten kommt wird garantiert die hölle los sein jeder ist um die ecke wir werden gucken was passiert wir werden wahrscheinlich auch wieder hochkommen okay wir gehen erstmal hier oben lang alter das gefängnis ein kleiner überblick schaffen halt ne kannst du auch sammeln irgendwas ist da da komme ich noch nicht rein okay gucken gucken was haben wir jetzt hier wir kommen auch noch nicht hin eine karte versuche den blitz nebel ist auch noch gesperrt das sah oben aus wie ein gefängnis hm gern okay okay was haben wir hier hier hat jemand gelagert erstmal das leder mit der shortcut jetzt offen wir gehen noch mal lang ob wir noch die anderen wege gehen können so ein bisschen angst irgendwas zu verpassen ne da kommen wir hoch bist du jetzt offen jo was finden wir hier hier können wir hier rasten hier 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 die sind nicht sichtbar die müssen wir erst von diesem schleier befreien was bekommen wir hier noch irgendwas hier ist noch ein seil brauchen wir aber nicht okay okay wir können auch da wo geht es hier hin okay okay erstmal ressourcen sammeln ach okay was bist du wie krieg ich dich ich schon ein paar mal gesehen aber wie komme ich da hin wie krieg ich dich was bist du wie kann ich dich abschießen okay jetzt kommen wir da lang ne hier ist noch gesperrt okay hier ist gesperrt ich würde sagen wir machen erstmal haken damit wir da mehr überfahren wahrscheinlich wird er tot sein wo er kommt mit dem Geist drehen wo er kommt mit dem Geist drehen we 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 no we we und we 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 Ich hab dich verletzt! Was hast du gemacht? Nimm mich nicht! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Und dann hat er in der Fall Und jetzt ist sein Maggotty-Ghost zurück, um den Freund, der ihn verletzt hat. Okay. Das ist also die Karte. Abgeschlossen. Haben wir. Da sind wir gerade bei. Ah, dass der Weg dazu ist. Wir sind jetzt hier. Okay. Inventar. Chroniken. Spukermittlung. Hier sind wir gerade bei. Okay. Das Fleisch ist wach. Jakob. 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 Wir müssen runter. Gibt's hier noch irgendwas? Gut, jetzt haben wir das gesehen. Ich glaube, wir sollten... Ich glaube, wir sollten... Ich fühle einen Draft. Von der Invisible. Moment. Können wir hier was machen? Aha. Wir gucken jetzt mal hier hin. Hier ist was. Hier ist die Leiche. Hier ist eine Spur. Guck mal. Guck mal an. Da... So... Getötet. So ein Begleiter bin ich. Ah, guck mal an. Geh mal hier nicht zurück. Benedikt, den haben wir fertig. Kreisverseucht, die Hütte von Jacob Lind. Mit Maden. Okay, Intention nicht erhalten. Er wurde also ungebracht. Okay, können wir hier noch was machen? Wir sollten in den Wasserfall reinlaufen. Wir gucken jetzt mal in den Wasserfall rein. Ne, da kann ich nicht rein. Oh Mann, Spiel. Lass mich doch. Ich krieg hier so ein bisschen von Teilopenworld und dann Alpha-Wende. Lass mich da rein. Manu. Jetzt müssen wir den Geist erst mal finden. Hmm. Hm. Oh, oh. Gut, speckstall... Speckstall... Spallstopp, alter. Junge, das bricht, das bricht mein... meine Zunge. Gehen. Mal zurück zur Hütte. Mh, kommen wir hier hoch? Alpha, komm schon. Check. Na komm. Na komm. Na komm. Ouff. Na komm, bin die in. Ui. Das wird der echt mit mehr Ausweichen üben. Pass auf was. Ei, 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 ei. Mal gucken, was jetzt abgeht. Ähm, warum seid ihr nicht fortgegangen? Ja. 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 Ja, der Streit. Ja. 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 Okay. Fixiert. Geist Versuch, die Hütte von Jacob. Man, wie fehlt das noch? Dann können wir es abschließen. Kann ich nur nicht viel... Aha. Erzwungene Manifestation. Muss das mal an. Ihr wolltet schon öfters von hier fort, ne? Ja. Wie lange seid ihr schon im Wald? Okay, was festet ihr euch an diesem Ort, das muss man jetzt wissen. Er wirkt wie ein guter Lügner. Ein Verloren. Ja, das glaube ich eher. Was wollt ihr von ihm? Was wollt ihr von Jacob? Du siehst Revenge? Ich siehke keine Rehung. Er ist ich und ich bin ihn. Was braucht er? Genau. Okay. Hm. Womit haben wir es verdient? Das war nicht euer Tun. Nee, seid ihr nicht. Vielen Dank, Benedikt. Vielleicht sprechen wir wieder. Vielleicht werden wir ihn, Vanisher. Vielleicht werden wir ihn. Okay. Ermittlungen abschließen. Wer das ja mit der Wahrheit rausbekommt, dann kann man kannibalismus zugibt. Was wird er denn für Speis? Ach, Mailand. Ja, das ist lecker. Jacob muss gestehen. Die Wahrheit wird ihn zerstören. Wir müssen aber, er braucht die Wahrheit. Da kann ich mit ihm nochmal reden. Wir haben die Puzzleteile zusammen. Jetzt müssen wir mit ihm... Muss er gestehen. Hm. Was ist mit dem Dick zugestoßen? Talk, something has happened to Benedikt. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Ja, Mr. Hinnan. Benedikt is in pain. For his sake, you need to remember what happened. You need to remember what you did. But I... But I... I would never... I couldn't hurt him. I love him. Jacob, look at me. It's safe to remember. Now tell me, what happened on that clifftop? I was tired. I was tired. So tired. Hunger was digging holes in me. Burning in my throat. I could think of nothing else. We don't give up. We don't give in. But I wanted to. I wanted it all to stop. You have to have a friend. You gave up on Benedikt. And then you turned on him. I failed him. I failed Benedikt. I was so angry. So angry. He kept pushing me. We kept... We argued. And I couldn't think. When I saw him lying there. On the ground. Lifeless. The whispers said. It was him or me. Him or me. I would have died. I should have died. For my sins I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner. Begging for help. We both faced a choice. Simple and awful. To kill or to die. You struck first and... Here we are. Do you forgive me? Our fights are in the hands of others now. Yes. Banisher to your job. If you're to come back. If we're to use the ritual we spoke of. This is when it starts. Red. If we take one step along that path. Jacob is ready to die. The others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice. Simple and awful. Do we kill? To be together again? Or do we part forever? We must decide now. Okay. Abschluss. Du stehst kurz vor dem Abschluss. Eine Spukermittlung. Als Verbander musst du eine Entscheidung treffen. Die angesichts der Person beschuldigen. Den Geist aufsteigen lassen. Oder den Geist verbannen. Okay. Jeder Entscheidung hat Konsequenzen. Vor allem, dass die Beziehung zwischen Red und Antena belangt. Hinweis, wenn Red sich dazu entschließt, Antena hier zu bleiben, muss er den Großteil der Lebenden mit lebendigen Siedlern beschuldigen. Oh Gott. Okay. Okay. Will zu weisen. Er hat nichts getan. Ich musste ihn aufsteigen lassen. Er dampft aufsteigen lassen. Und so von der Welt erlösen. Diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Athena aufsteigen kann. Beitragen, dass Athena aufsteigen kann. Die Entscheidung wird dazu beitragen, dass Athena wiederbelebt werden kann. Denn ein Ritual der Wiederbelebung ist nur dann erfolgreich, wenn der Großteil der Siedlung geopfert wird. Oh Gott. Ja. Aber er hat nichts getan. Ich will ihn aufsteigen lassen. Benedikt Stoughton. Er hat die Wahrheit erzählt. Du kannst in Frieden gehen. Wir waren verabschieden. Der Schnauer wurde uns verabschiedet. Jacob. Mein Freund. Mein einzig Freund. Ich verabschiede alles. Ich verabschiede alles. Ich verabschiede alles. Ich verabschiede alles. Es ist vorbei, Jakob. Ben ist gut. Okay. Outs. Okay. Wir werden noch andere Entscheidungen treffen müssen. No more maggots. Ben is gone for good. Okay. Wenn jetzt die Folge und in der nächsten Folge werden wir erstmal einmal kurz rasten, dann werden wir ja gucken, was es auch beschert sein. Ciao.